Hallo und willkommen zurück bei Hardspace Shipbreaker Folge 21 und es tut mir fürchterlich leid. Ich kann es einfach nicht lassen, das Spiel weiter zu spielen. Das heißt, ich kann schon wieder nicht auf Kommentare eingehen, aber ich habe mir gedacht, okay, also ich habe voll Bock auf Hardspace Shipbreaker, voll Bock auf Dyson Sphäre und ich will das weiter spielen. Aber ich konnte mich nicht zurückhalten und wollte nicht warten und dann habe ich mich entschieden, okay, aber es wäre besser bei Dyson Sphäre Programm auf Kommentare einzugehen, denn da ist viel mehr Potenzial auf Kommentare als bei Shipbreaker. Bei Shipbreaker kann ich mir halt eher so vorstellen, was so für Kommentare sind, halt so abwechslungsmäßig. So einen hatten wir noch nicht, so ein Schiff. Er sieht aber, also der sieht so, das ist ein Javelin, die sind halt ähnlich aufgebaut, aber der hat sehr viel Fracht drauf, ist auch sehr viel wert. Er hat der Stangen, der hat auch Stangen. Wir merken uns den, Queen of Rogers. Der dauert natürlich auch wieder mehrere Tage, ne? Haben wir vielleicht noch ein Schiff, was wir noch nie hatten? Ne, aber hier ist eine Stufe 7. Gefahrenstufe 7, obwohl der nun Klasse 1 Reaktor hat. Diese kleinen Schiffe, ne? Da sind wir ja mittlerweile relativ flott drin. Aber ich denke, es macht schon am meisten Sinn hier diese Riesen... Ja, wobei, macht das am meisten Sinn? Weil, wie hängen wir jetzt vielleicht so 3, 4 Tage drin, ja? Bei so einem Schiff? Ein, zwei Tage. Klar, vom Geld ist es weniger, aber ich guck mal unten an die Punkte, ne? Wenn wir hier in zwei Tagen fünf Punkte schaffen, dann würden wir in vier Tagen zehn schaffen, wenn wir zwei von denen machen. Bei dem schaffen wir dann in drei, vier Tagen vielleicht sieben. Das ist halt die Sache. Aber das macht... Also ich bin auf jeden Fall eher für größere Schiffe, die dann lange dauern, als für kleine, die man dann schnell abarbeiten kann. Die kleinen werden dann vielleicht effektiver, um Geld zu machen, beziehungsweise um Punkte zu machen. Aber mir geht es ja um... Um... Also ich finde, bei so einem Spiel wäre es halt cooler, so Riesenschiffe auseinanderzunehmen, als dann so kleine, nur um dann schnell Profit zu machen, beziehungsweise schnell Level aufzusteigen, ne? Darum, finde ich, geht es mir hier im Spiel jetzt nicht. Ich fühle mich nicht gut heute, Leute. Ich werde ehrlich sein. Ich schaue auf die Berichte und diese Operation kann so viel besser machen. Wenn ich alle von euch schaue, sehe ich einige sehr talentue, hart gearbeitet und extrem kraftvolle Körper. Das Problem ist eure Gedanken. Ich bin auf dein eigenes Wissen. Ich bin auf dein eigenes Wissen. Ich bin auf dein eigenes Wissen. Ich bin auf die Kompany-Mind. Ich bin auf dich als eine Fisch-Extension von Linx-Corporation. Das ist wie wir uns zufrieden. Okay? Morgen, alle nehmen fünf, bevor der Start des Wissens zu machen und werden wirklich Teil der Firma geworden. Rose. Habt ihr es gerade gesehen? Tiny Tina Wonderlands. Gerade fertig mit dem runterladen gewesen. Ja, der Summer Sailor zugeschlagen. Ich habe mir ein paar Spiele geladen. Habe ich im Discord auch markiert. Beziehungsweise habe ein Bild geschickt. Darunter sind dann halt hier so Spiele wie Tiny Tina Wonderlands habe ich mir geholt. Hier Borderlands. Tiny Tina Wonderlands. Also einen von Borderlands. Keplard oder sowas. Das hat Bad Kitty ja im Stream gespielt. Dann... Ich weiß gar nicht, ob ich den Potion Crafter mit dazu genommen habe. Ja, ich glaube schon. War nicht so ein lustiges Spiel beim Summer Game Fest. Schön an Geduld. Dann... Stationeers. Stationeers. Da unten rechts seht ihr es gerade. Stationeers wäre auch vielleicht wieder so ein Spiel, wo wir vielleicht ein Let's Play machen. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Ja, mit den Borderlands Spielen ist immer so eine Sache, ne? Also ich weiß, als ich... Ich wollte damals Borderlands immer aufnehmen, aber da gab's... War das noch nicht so, dass man so Freileads einfach alles hochladen kann, wie man es mittlerweile im Prinzip immer macht. Da war das immer nur so eine Sache mit 2K. So, damit wären die ganzen Container schon mal durch. Ach! Was labere ich denn? Wir haben ja oben noch ganz schön viele. Wir fangen mit dem an. Allrüstung! Ach records applied!! Wir sind aber auch cool, dass die sich selber los reißen. Da muss ich das nicht extra machen. So, der muss ein bisschen schräg, sonst stößt er mit dem hier zusammen. So... Dann wäre der schon mal durch. So, hier ist Luft drin. Die müssen wir ablassen. Dann gehen wir erst mal rein. So, hier ist Luft drin. Ähm, Stromtechnik... Ist das hier... Hat die Lampe da einen Wackelkontakt? So, alles außenrum hat keine Luft. Das heißt, hier müssen wir jetzt die Luft ablassen. So, dann machen wir den auch. Jetzt können wir alle Türen aufmachen. Den hier auch. So, und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier drin? Erst mal die rumfliegenden Teile natürlich. Die kann man nämlich schön einsammeln. Okay, hier gibt's wieder Sicherungen. So, erstmal ein Schaltkreis. Ein Dämpfer. So, Schubdüsentreibstoff. Sehr gut, merken wir uns. Ein Lagerfach. So, mit den Sicherungen müssen wir natürlich aufpassen. Wir müssen hinten erstmal nochmal schubdüsen. Hier sind die Sicherungen. Sehr schön. Okay, da oben ist der Stromgenerator. Äh, nochmal zwei Sicherungen. Alles klar. So, das heißt, wir müssen zuerst den Treibstoff entleeren. Äh, Stangen, ne? Stangen. Gucken wir hier nochmal. Was fliegt hier so rum? Einfach nur irgendwelcher Müll. Hier sind Energiezellen. Solange die drin sind, haben wir ja auch noch Strom. Ich weiß nicht, ob das auch jetzt gilt, wenn der Stromgenerator noch da ist, ne? Das ist halt jetzt die Sache. So, dann gehen wir erstmal hier ins Schiff. Das können wir ja einfach ohne Probleme wieder auseinander nehmen. Und das machen wir wahrscheinlich auch wieder als erstes. Weil das sind eigentlich immer so safe Sachen, die man machen kann. Na, zack. Jetzt ist die Verbindung nämlich getrennt. Jetzt können wir die auch einfach so auseinander nehmen. Ohne dass es hier Probleme mit, äh... Sieht aus wie Headsets oder so. Ohne dass es Probleme mit Dings gibt. Mit Strom. Weil wir ja die Verbindung gekappt haben. Sehr schön. Sehr schön. Ich hoffe, wir können auch nochmal sinnvoll die Sprengladung einmachen, um Luft abzulassen. Das habe ich ja gesagt, dass ich das mal machen will. Und ich glaube, das wäre auch so ein Kommentar, der vielleicht von DINOM kommen könnte. So, nutz doch mal die Sprengladung, um die Luft abzulassen, anstatt immer die Türen zu öffnen. Natürlich weiß ich das im Moment nicht, was wirklich so die Kommentare wären, weil ich halt, wie gesagt, jetzt die ganze Zeit so am Stück aufnehme. Und noch ein Datenlaufwerk. Aber ich hoffe, ich mache alles zu eurer Zufriedenheit. Aber im Prinzip ist auch, äh, hier, äh, das Projekt einfach schön chillig, was auseinandernehmen. Äh, Junge, es ist nett, dass du mich mitnehmen willst, aber ich, äh, verzichte dann doch lieber ein bisschen. Ach, weißt du was? So. Mit mehr Verbindern sollte ich hier arbeiten. Machen wir auch. Schubdüsenbeschäft. Ich kriege immer Panik, wenn ich das höre. Oh nein, was ist los? Ich habe auch überlegt, mir vielleicht so ein paar Sachen auf Vorrat zu sammeln. Aber ich meine Kabel. Aus diesen Dingern kriegen wir halt Kabel. Die kriegen wir überall raus, ne? Das ist jetzt nichts Seltenes. Wo ich sagen würde, hey, macht Sinn. Und Sprengladung verschwenden? Das wollen wir natürlich auch nicht, weil die sehr wertvoll sind. So, da ist noch eine Lampe dran. Ach, weißt du was? Die versuchen wir noch abzumachen. Die habe ich nämlich jedes Mal vergessen. Und vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Guck mal, wie stark mein Dings eigentlich ist. Also. So. Die ganzen Türdinger, die können wir eigentlich schon weg machen. Weil hier ist ja alles drucklos. Die Lampe ziehen wir am besten oben raus. Die Lampe. Die Lampe. Die Leiter natürlich. Nicht die Lampe. Ach, das sind wieder zwei Lampen. Ups. Nein. Habe ich aus Versehen mich verdrückt. Was? Wir haben doch noch gar keine Zeit hier verbracht. Okay, dann gucken wir uns erstmal den Rest des Schiffs an. So, hier können wir auf jeden Fall schon mal Treibstoff entleeren. Das ist sehr wichtig. So, damit wäre Treibstoff abgelassen. Und die können wir schon mal trennen. Äh, erstmal den Streamer-Modus wieder reinnehmen. Keine Ahnung, warum der raus war. Da ist noch Luft. Da müssen wir aufpassen. Oh, da habe ich aus Versehen was weggeschnitten. Shit. Naja, passiert. Salvage deposit registered. Account credited. So, dann gehen wir hier mal rein. Gucken wir mal. So, hier ist jetzt das Problem. Hier ist Luft drin. Die Luft lässt sich auch nicht so einfach abziehen. Okay. Hier hinter ist Vakuum. Okay. Ah, doch hier. So, dann könnten wir den aufmachen. Der ist jetzt auf. Gehen wir mal rein gucken. Irgendwas sinnvolles am rumfliegen ist. Also die Lampen, die haben auch irgendwie ein Problem, ne? So, auf jeden Fall tun wir ihn jetzt lösen. Weil wir den Treibstoff abgelassen haben, scheint das auch ohne Probleme geklappt zu haben. Beim letzten Mal, wo wir den Treibstoff nicht ablassen konnten, gab es ja Geräusche. Okay. Das war die Stange. Alles klar. Gut. So, das heißt, jetzt müssen wir nur noch hier drin die Luft ablassen. So, hier ist überall Luft drin. Aber im Normalfall kann man die hier ablassen. Genauso wie hier. Zack. So, Luft ist raus. Jetzt ist nur noch hier Luft drin. Im Airlock. Und die lassen wir auch ab und dann ist überall die Luft raus. Perfekt. So, hier selbes Spiel. Ja, ich bin ja dabei. Nein! Nein! Falsche Taste gedrückt. Ich wollte gerade einsammeln. Das ist natürlich jetzt bitter. Ist kaputt gegangen, ne? Scheiße. Du wolltest einsammeln, weil das ist halt derselbe Button. Äh, lag? 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 Okay. Eine Ahnung, was hier gerade los ist. Warum das hier gerade so ruckelt. Solvage Secure. Account Credit. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Na ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Kohle gemacht. Ganz schön am Regner. Ganz schön am Regner. Ein Verstärker haben wir zerstört. Ja. Ja, gut. 239. Kaputt. Rang 4. Rang 4. Rang 4, Fachmann. Äh, 4. 14. Höchste Level erhöht. Alter, hier ist er aber richtig am Schütten gerade. Ich habe mich gerade mal umgedreht. Da muss ich nochmal mal gucken, ob es nicht rein regnet. Wir haben nämlich die extra die Fenster aufgemacht, weil ich gesehen habe, dass es regnet. Alter. Es hagelt. Das ist, äh, nicht gerade wenig. Ich weiß nicht, das hört ihr, hört ihr das? Cutter 9346-52. Your designated sleep period is now over. Have a great day. Ja gut, ich glaube nicht, dass ihr das hört. Vielleicht immer mal so im Hintergrund, wenn es dann gegen das Fenster knallt. Raumschiffstrahlung. Okay. Verstrahlte Objekte. Strahlungsfilter. Sicherheitsbehälter. Entfernt vor sich Zugangsdeckel. Zerschneide vor sich die Halterung. So, Barge. Okay. Strahlungsfilter sind sehr empfindlich und geben radioaktive Partikel ab, wenn sie beschädigt oder heftig bewegt werden. Alter, alter, alter. Neues Schiff. Okay. Ein kleines Schiff. Aber mal was Neues. Aber wir machen natürlich erstmal unseren weiter. Schiff. 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 Die Sachen reagiert zu Feuer. Ich werde hier sein, wenn du mich brauchst. Weaver raus. Alter, ohne Scheiß. Das ist so heftig. Unnormal. Ich muss kurz wegen der Arbeit. Sekunde W. Nee, weil das so heftig ist. Das ist so heftig. 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 Es ist jetzt zwei Minuten am Hageln gewesen. Es sieht aus wie im Winter. Alles weiß. Guck grad so aus dem Fenster raus. Komplette Terrasse weiß. Auto weiß. Alles voll gehagelt. Und durch diesen Hagel, weil der auch nicht grad klein ist, ist auf der Straße wieder der ganze Gully verstopft. Und da ist jetzt wieder hier die halbe Straße unter Wasser. Scheiße. Klimawandel. So, wir brauchen Sicherung. Wir haben noch so viele Kühlkörper gesammelt. Dämpfer, okay. So, also Stange und Kühlkörper brauchen wir. So, wir können die Daten wiederherstellen. Ich hätte euch das hier zum Anhören geben sollen. Es tut mir leid. Phonotext reading. The Stellar Commission. Part 2. It wasn't until 2283, during the wake of the AI revolution, that the Stellar Commission found the grit we deserved from them for so long. It is here where we can chalk up a clear win. Advanced AI systems were on the rise, decimating work opportunities for hundreds of millions across the solar system, and causing unimaginable human suffering. Of course, large corporations, as always, had nothing more in mind than profit, and were further spurred by their public image as the drivers of human advancement. CO6. However, finally finding their voice and the right tools to enact and enforce policy, the Stellar Commission, in an enormous pushback against corporate power, outlined new regulations around artificial intelligence, practically outlawing its use in order to safeguard human jobs. Better late than never, am I right? The corporate conglomerates have had simmering resentment ever since this moment of heavy regulation and strict enforcement. Today they are looking towards the Jupiter frontier, where once again, the commission's reach and oversight is sparse. And so the cycle repeats. As a species, our greatest flaw seems to be to never learn from history, and that there's some among us who would gladly grind their fellow humans into a pulp for a dollar. It appears we are doomed to repeat the mistakes of our past, time, and time again. Ja, das kommt mir auch so vor, dass wir immer dieselben Fehler immer wiederholen. So, warte. Scheint aufgehört zu haben. Ah, das war heftig, Alter. Das war so heftig. Ja, das Wetter immer schlimmer. Ah, nein, 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 nein. Wir machen weiter mit der Schicht. Hm, die Folge wäre gleich zu weit. Aber das liegt ja an mir, weil ich halt unterbrochen habe. Deswegen machen wir die Folge was länger. Tut mir leid nochmal dafür. Deswegen hängen wir noch eine Schicht dran. So, Treibstoff ist niedrig, kein Problem. Den holen wir uns von drinnen. Oh, Planet Crafter, auch runtergeladen. Ich habe schon wieder vergessen, was ich gekauft habe. Waren irgendwie so sieben oder acht Spiele. Das größte natürlich hier Tiny Tina Wonderlands. Mich auch gefasst. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht aufnehmen können. Nicht aufnehmen können. Hallo, kannst du das mal bitte einsammeln? Ach, das ist Schubdüsentreibstoff. Habe ich schon wieder verwechselt. So ein Glück ist es nicht kaputt gegangen. Das wäre es jetzt gewesen. So, den haben wir gemacht. Wir haben den entkoppelt. Und hier sind wir stehen geblieben. So, wir brauchen Stange und Kühlkörper. Die Kühlkörper sollten wir hier noch bekommen. So. So, dann mal weg mit dir. Und du hinterher. Ach. Geht nicht. Objektprozess. Transferring Kredite. In der Passagierbrücke ist doch aber auch noch was drin. Nur Zeit den Strom abzustellen. So, dann schneiden wir die mal ab. Mehr oder weniger. Es lässt sich auf der Seite nicht so schön schneiden wie auf der anderen. Und tschüss. So, damit wäre die Passagierbrücke auch durch. Äh, ja. Wir haben entkoppelt. Das heißt, wir können hinten rausziehen. Machen wir auch. Und tschüss. Prozess. Und tschüss. Tschüss. So, die Schubdüse ist raus. Tschüss. 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 Habe ich die Gondel beschädigt? Ne. Ich dachte gerade so ein bisschen, ist die jetzt beschädigt gewesen? Das sah gerade für mich so ein bisschen aus. So, der ist lose. Hier aber noch nicht. Hier muss ich aber aufpassen. Hier muss ich aber aufpassen. Hier muss ich ja auch keine Verbinder unbedingt verschwenden, wenn es nicht nötig ist. Vor allem, wenn man dann einfach nur so machen kann, zack, muss ich ja eigentlich keine Verbinder verschwenden. Guck mal, wie ich diese dicken Dinger mittlerweile einfach so da... Also ich schieße die ja fast schon mehr weg als die Verbinder. Prozessor Deposit accepted. Boah, da habe ich Glück gehabt, der hätte ich fast daneben gedrückt. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich den einfach rausziehe. Ich glaube aber, dann wird das Kühlmittel da rausschießen. Ja, hier ist das Teil, was ich aus Versehen rausgeschnitten habe. Aber das gibt mir natürlich die Möglichkeit, hier rauszuschneiden. Aber erstmal will ich dafür... Da geht wieder irgendwas kaputt. Raus mit dir! Ja, du musst ja doch irgendwie rauskommen, oder? Scheinst du groß zu sein? Ja, du musst. Gut. 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 Ja, gut. Salväge Deposit confirmed. Applying Credit. ja die türkonsolen stimmt die muss ich mir auch noch mal genau an was zum fick ist denn hier mit los das wäre ein krasser verlust gewesen so rein dann machen wir erstmal weiter ist oben vielleicht auch noch keine türkonsole keine türkonsole objekt excepter kredit Ich will diese Platte hier rausziehen. Ja, durch diesen Ritz musst du durch. Scheiße! Ich gehe da durch! Ich habe den Puck nicht, dass man den entschärfen kann. Ja, geschafft! Schnell weg mit der Bombe. Meine Güte, das war jetzt aber eine Geburt. Das war jetzt der Beste, den wir je hatten. Nein. Tschüss! Damit wäre der Reaktor aus dem Spiel. Jetzt ist vorne nur noch die Sicherung drin. Das war jetzt der Beste. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wobei, wir gehen noch rein, ob vielleicht irgendwas passiert. Und da jetzt die ganzen Spiele da sind, runtergeladen sind, kann ich vielleicht doch eine Aufnahmepause machen. Und gucken wir ein bisschen Tiny Tina's Wunderland an. Hallo, Shipbreaker. Please enjoy this inspirational message. The last 10% of a job takes as much energy as the first 90%. Which is why it's so important to always give 110%. Also bis dann. Ciao! Wooh! 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 Vielen Dank.